hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel gate of chaos ich bin da mal gespannt ich kenne das spiel nicht ich habe es mir nur gerade heruntergeladen und da war ein drach abgezeichnet die grafik sah auch ziemlich cool aus also ich habe zwei gigabyte heruntergeladen und hier das mal mit den drachen und dann musste ich halt noch mal hier ein gigabyte update machen müsste eigentlich auch gleich schon fertig sein mit meinem daily von bluestack glaube ich so dann sind wir jetzt hier switch account ich habe das spiel noch nie gespielt deswegen log in okay okay Nein. Ein Paladin. Und ein Sword Dancer. Ich glaube ich war beim Paladin. Obwohl, das kommt mir jetzt alles so ein bisschen bekannt vor, aber ich meine, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Oh, sieht fast aus wie die Final Fantasy jetzt. Krünerhafen. Krünerhafen. Nun, wir gehen. Haufstrahlen. Oh, diese Frisur. Oh, das war die Frisur. Face. Das war so. Außer die Augen, die mag ich nicht. Aung, Aung, Aung. Aung, Aung. Ich ziehe hier nichts mit Farbe. ��en Nichthürig und sweeten Bestiven zuлиzen. Ich schta ihn einfach weiter, oder? Dann bleibt das jetzt so. Dann ist es halt so Joshua, wahren Joshua, Bodypods, ok. Pause, I cheat. Bauerlevis. Kulidania. 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 Ich bin schon Level 5. 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 Tap here to continue the quest. Nice weather today. New motion control skill unlocked. I need your help. Use the Ember ultimate skill. Destroy the enemies. Shoot. 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 Don't just stand there. Hi there. Tap here to continue the quest. Thanks for your help. Hello. You look familiar. Yeah. I'm here. Good. Toe. I don't know. I don't know. You look familiar. I find some interesting stuff. Oh mein Gott. Und schon wieder mit 22. Mensch, das geht ja schnell. Nice, nice, nice. Grafische Verkauf hat es gut eigentlich. Das Spiel kann ich ja noch nicht all so viel sagen. Ich bin erst Level 23. Ich spiele vielleicht 7 Minuten. I was just... Mit Level 28. 20. Eine kleine Story. Story Instances unlocked. Complete Story Instances to earn equipment. Let's begin with a... Tap Enter to start the challenge. ... ... ... Ja! 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 O? D? G? C? D? 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 O? D? Tap here to continue the quest. Level 33 Ich weiß es schon. Was ist der Bruder? Bäh. Tap here to continue the quest. Tap here to continue the quest. Tap here to continue the quest. Tap here. Tap here. Okay, jetzt geht's weiter. What a nice. Okay, hier ist ein kleiner Bug wahrscheinlich. Okay, jetzt geht's weiter. Also könnte ich sterben anscheinend. Ich greife nicht an. Ich greife nicht an. Vielen Dank. Ich glaube, ich bin ein Lüben, dass ich sie nicht verlaufen habe. Ohhhh Wir wurden rausgeschmissen Ah, bestimmt Wartungsarbeiten Na gut Okay, das war's für heute Leider war der Abgang gerade sehr spontan Aber ich vermute mal das Wartungsarbeiten Ich hoffe ihr habt trotzdem etwas von dem Spiel gesehen Und es gefällt euch vielleicht auch nicht Mir egal Aber wie war das war Wie hieß das Spiel nochmal? Dragon of Chaos? Nein, irgendwas mit Chaos war das Egal Ich habe mir mein Ticket abgeholt von PlusDeck Was für mich ja immer nur das Wichtigste ist Damit ich den Computer gewinne Oder die Drohne Oder wie auch immer Also dann Danke fürs Zuschauen Ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir seid Bis dahin viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao 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 Ciao